das musikvideo zum song voodoo ist endlich draußen und ja wie das ganze angefangen hat wie ich die chore überhaupt erst gelernt habe mit alex da habe ich euch mal mitgenommen und ich will auch gar nicht zu lang sabbeln ich würde sagen seht selbst und viel spaß mit dem video ich bin jetzt bei der tanzschule angekommen und wenn schon sehr gespannt was mich erwartet lasst mich da jetzt genauso überraschen wie er versuche ich auf jeden fall mal mitzunehmen zu diesem tanztraining so Ich kann mich nicht mehr so machen, aber ich kann mich nicht mehr so machen. Das war's. Ist das anstrengend. Ein kurzes Zwischenfazit, der Alex nimmt mich schon richtig hart ran hier. Zwischenfazit, Alex hat eine sehr, sehr schöne Choreografie hier zusammengestellt und ich versuche dem gerecht zu werden. Gleich gibt es hier große Kritik, aber bislang fühlt es sich alles sehr gut an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann alles wird. Zwischenfazit. Laura ist wie eine Voodoo-Puppe. Spoiler! Es ist ein Wrapp. Es ist ein Wrapp. Es ist ein Wrapp. Es ist ein Wrapp. Wir sind bereit. Das ist ein Wrapp. Ich muss aufstehen. Ich verstehe ich. Ich gehe jetzt zum Schneiden. So, Tanztraining vorbei. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe mich auch halbwegs in Ordnung angestellt. Alex hat echt eine super, super geile Choreo gezaubert. Ihr habt das Ergebnis jetzt ja schon gesehen. Aber ich wollte euch auf jeden Fall auch mal zeigen, wie sowas anfängt, wenn man so eine Choreo überhaupt lernt. Und für mich war es natürlich auch nochmal eine Challenge, so den eigenen Songs irgendwie zu tanzen und dann darauf zu achten, dass man die Choreo irgendwie auswendig gelernt bekommt, dann noch in die Kamera zu gucken, Ausdruck zu haben, sich nicht zu versingen oder zu tanzen. Man hat so, so viele Sachen, auf die man auf einmal achten muss, wenn man irgendwie Sänger und Tänzer in einem ist. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Ergebnis gefällt. Wenn ihr Anregungen habt, was ich denn doch mal als nächstes für ein Video machen soll, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Vergesst bloß nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren, dass wir hier bloß wieder die Community aufbauen. Und ich hoffe, dass euch solche kleinen Einblicke irgendwie gefallen und ihr irgendwie Freude daran habt. Und joa, also klickt weiter ordentlich Voodoo, streamt es, packt es in eure Playlisten, teilt das Video, teilt Teaser. Damit würdet ihr mir wirklich enorm helfen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Fühlt euch umarmt und bis dann!